Stellen Sie sich vor, Ihr Nachwuchs macht gerade die ersten eigenen Schritte und Sie haben keine Kamera dabei. Ärgerlich, aber vermeidbar. Mit der Mini-Schlüsselbund-Kamera sind Sie für solche und ähnliche Situationen bestens gerüstet. Die Videokamera ist ultra klein und federleicht. Hängt sie erst einmal am Schlüsselbund, ist sie praktisch immer dabei und sofort griffbereit. Sie müssen nur zwei Knöpfe drücken und schon läuft die Videoaufzeichnung für bis zu 60 Minuten am Stück. Mit Ton und in Top-Bildqualität. Aber nicht nur Videoclips im AVI-Format sind mit der Kamera möglich. Auch einzelne Schnappschüsse erstellen Sie problemlos per Knopfdruck. Mit Hilfe des USB-Kabels übertragen Sie die Aufnahmen anschließend schnell auf Ihren Rechner und laden die Kamera für weitere Einsätze auf. Übrigens, den internen Speicher von 2 GB können Sie natürlich auch jederzeit wie einen herkömmlichen USB-Stick verwenden. Diese Kamera habe ich jetzt immer dabei. Sie auch?